Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für Montag, den 17.08.2020, damit den ersten Tag in der Verfallswoche. Sie kennen das vielleicht aus den vergangenen Monaten, Verfallswochen empfinde ich persönlich immer als etwas anders strukturiert, einfach weil gewisse Zwänge da sind, die an anderen Wochen und Monaten nicht da sind. Das heißt, in der Verfallswoche verfallen halt Optionen, also größere Optionen auf den DAX, bei dem gewisse Marktteilnehmer beispielsweise auf hohe Kurse gewettet haben, andere haben auf niedrigere gewettet und durchaus auch Marktteilnehmer, die entsprechende Budgets zur Verfügung haben, um auch mal einen Kurs dahin zu treiben, wo sie ihn vielleicht brauchen. Auf der anderen Seite hat man dann die Stillhalter, die versuchen die Abrechnung dieser Option in einem bestimmten Fenster zu halten, da gibt es auch verschiedene Auswertungen, da halte ich nicht mehr sonderlich viel von, weil ich einfach immer merke, dass es den meisten eher nicht hilft, sondern dass es ihnen nur eine Meinung in den Kopf pflanzt, wo denn der DAX zum Verfall zu stehen hat und dann handeln die nur noch in die Richtung und verkennen ein bisschen das, worum es eigentlich geht, nämlich darauf zu achten, wo der Markt denn eigentlich hin will. Man erkennt das ja doch ganz gut, ob man nach unten treibt und dann nach unten und wenn man dann im fallenden Markt die ganze Zeit nur dagegen haut, weil man sagt, der muss ja aber oben abrechnen, da ist doch Verfall, da ist doch das beste Niveau, hat man halt einfach nicht viel gekonnt. Wichtig ist für mich oder mir wichtiger ist, ihnen einfach mitzugeben, zu sagen, dass man dem Verfalls auch einfach ein bisschen aufpasst, weil die doch ruppigere Bewegung haben, weil oft die Marktteilnehmer auch manchmal kleine News missbrauchen, vergewaltigen, um den Markt eben in einem kurzen Moment der fehlenden Aufmerksamkeit dann ordentlich durchzuprügeln. Das sieht man immer wieder. Ich persönlich handle deswegen schon seit Jahren mit begrenztem Risiko immer in Verfallswochen, also ich habe immer weniger Druck quasi auf meine Position, wenn ich in die Verfallswoche starte. Das ist wirklich so und das mache ich auch. Ja, habe es bisher noch nie bereut, dass ich es gemacht habe. Wenn wir jetzt gucken auf unseren DAX, vielleicht auch noch mal kurz die Optionsscheine. Ich mache das jetzt heute erst mal und dann ziehe ich mal alles zusammen, was ich so an Zuschriften gekriegt habe, ob wir das jetzt die nächsten Tage weitermachen. Ich würde jetzt einfach erstmal bei denen bleiben, muss aber auch dazu sagen, zu dem unteren, da kommen wir dann gleich dazu, das wäre jetzt hier so ein K.O. für mich für die Aufwärtsstrecken. Das ist aber kein K.O. und das vielleicht auch für Sie gleich als wertvolles hier mitzugeben, das ist für mich kein K.O., den ich bis in den K.O. halten würde halt. Also das wäre für mich hier K.O. 12,4,60 und auf der Shortseite den K.O. mit 13,400. Das wären für mich zwei Scheine, die ich nur punktuell einsetzen würde wollen. Denn wir sehen hier eins im Tagesschart. Sie sehen, der hat auf eine wichtige Unterstützung aufgesetzt, Sie sehen, der hat am mittleren Band aufgesetzt. Sollte der jetzt hier durchgehen, dann wird er nicht an der 12,400 halten halt. Das glaube ich nicht. Dann geht er uns bestimmt auf die 3,30. Dann geht er uns, ja, also dann geht er uns hier unten auf das Band und gegebenenfalls vielleicht sogar auf die Linien. Deswegen sollte man da schon aufpassen, wenn er jetzt nach unten läuft. Das ist für mich jetzt kein, ich brauche ihm bloß keinen Long reinlegen, der einen Stop hier unten hat. Also das auszusitzen, das fände ich, würde ich nicht machen einfach halt. Die ganze Zeit dann im Minus zu sitzen und sich das anzugucken. Ich würde wirklich nur auf der Longseite agieren. Wenn er Stärke zeigt, wenn er drückt und das kann er am Montag, das hat er die ganzen letzten Wochen immer wieder gezeigt. Das war ein Montag gewesen, das war ein Montag gewesen. Hier sehen Sie es nicht hinter dem Pfeil, war auch ein Montag gewesen, auch direkt nach oben hoch. Auch das Montag gewesen, das die ganzen letzten Wochen immer Montag hochgezerrt halt. Und wenn Sie das sehen, 8, 9 Uhr, der treibt nur nach oben und dann schiebt er weiter und schiebt weiter und schiebt weiter, dann ist halt das Short-the-Files-Produkt. Um da zu partizipieren, können wir vielleicht dann auch mal runterspringen. Ne, wir bleiben erstmal, hoppala, wir bleiben erstmal noch hier kurz. Machen den zu Ende, weil das ist halt einfach wichtig zu sehen, dass hier schon ein gewisses Vakuum jetzt ist auf der Unterseite, was viel Platz für Bewegung hat. Also wenn er Bock hat, wenn er Montag schlecht reinkommt, einfach schlechte Laune hat, der kann sich gut entfalten auf der Unterseite. Auf der Oberseite muss man aber auch sagen, wenn er diese Woche halt unten nichts, also wenn er das jetzt nicht rausgewuchtet kriegt, hier unten, diese Unterstützung bei 12.800, dann würde er uns dann so ein obere Band ranlaufen halt. Ne, dann würde er auch noch mal an dem hochkratzen hier, wie die Amerikaner das gerade machen. Also da bin ich schon recht schmerzlos, dann einfach zu sagen, okay, ganz egal wie ich ihn haben will, ganz egal wie ich ihn erwarte, wir haben ja gestern, vorgestern schon auch noch mal ein bisschen in den Hintergrund gerufen, was wir seit hier unten eigentlich für eine Erwartungshaltung haben, was uns in DAX noch fehlt, was wir, wo wir ihn gerne noch mal sehen hätten würden wollen oder ich ihn auch sehen würde, so einfach was schadtechnisch passen würde. Und das ging ja eher mehr hier in die untere Richtung rein. So, jetzt wurde ich hier kurz abgelenkt, hab ein bisschen Faden verloren. Also Fakt ist, wir gucken uns den Montag jetzt an, wie er treibt. Ich denke, wenn wir auf der Unterseite rauskommen, haben wir genug Spielfläche, Freiraum, um uns hier auszutoben. Und auf der Oberseite wird es halt wahrscheinlich wieder so ein Stück für Stück hochgezerrt. Ich denke auch, dass ihm das schwerfällt. Aber jetzt fällt mir ein, wo ich gewesen bin. Wir hatten gesagt, seit hier war ja unsere Erwartung, dass der Markt so lange hochsteigt und dann irgendwann einfach seitwärts schiebt, um die ganzen Aktien, privaten Käufer wieder reinzulocken, dass wirklich jeder gerade wieder dabei ist, die kleinsten Rücksetzer zu kaufen, sobald irgendwo eine Aktie wieder 2, 3, 4, 5 Prozent runterkommt, zu sagen, Mensch, das ist doch jetzt günstig und einzusteigen. Wir hatten erwartet, dass das hier passiert. Haben auch hier immer gesagt, da fehlt irgendwie noch was. Die Leute sind noch nicht so richtig da. Und hier hat es dann angefangen. Hier haben alle ihre Shortprodukte verkauft. Hier haben alle angefangen, in ETFs rein zu investieren. Und Sie sehen es ja. Seitdem ist halt deutlich so ein bisschen die Fahrt raus. Seitdem sehen wir deutlichere Trendschwächen der Aufwärtsbewegung. Die neuen Hochs, die kommen nicht mehr richtig dynamisch. Wir haben vom Bewegungswinkel, vom Steigungswinkel auch, wie angestiegen ist, deutlich abgeflacht. Deswegen wird es mich persönlich nicht wundern, wenn wir auch auf der Unterseite einfach mal probieren, wieder eine fallende Tieffolge reinzukriegen. Einfach um die ganzen Käufer hier aus den letzten Tagen, aus den letzten Wochen rauszudrücken. Denn die sind hauptsächlich hier reingekommen. Hier unten haben nicht so viele gekauft. Und die, die hier unten gekauft haben, die sind meist hier in der Bewegung schon wieder ausgestiegen. Auf der privaten Seite sind viele, viele, viele erst hier reingekommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Markt hat einfach die Versuch rauszutreiben. Weil das sind die, ich sag mal, die nervösesten Hände. Das sind die, die am leichtesten das Geld wieder freigeben, was sie reingelegt haben. Und dafür wäre es wichtig, dass der Markt hat einfach hier unten auch mal wieder gräbt. Und ich persönlich könnte mir das gut vorstellen. Würde jetzt aber nicht unbedingt sagen, umbiegen, umbrechen halt. Wenn er nicht mitspielt, wenn er nach oben uns wieder wegsteigt, dann müssen wir ihm da noch einen hoch gönnen. Und wenn das hier oben die 13,500, der Gap Plus beispielsweise wird, oder auch hier oben, sehen Sie, das ist glaube ich auch noch ein kleines offenes Gap. Oder dann halt das Allzeithoch, dann ist das so. Dann hilft es dann nicht, da muss er mitgegangen werden. Auf 2-Stunden-Ebene haben wir jetzt hier die Short-Trigger gesetzt gehabt. Sie sehen, sie ist eigentlich noch voll drin. Er ist nicht nach oben angelaufen, hat zwar angezogen, hat sich dann aber deutlich drunter gewuchtet. Das erste Ziel auch schon erreicht gehabt. Das war hier dann beim Gap Plus um 12, 38 gewesen. Und das zweite fehlt noch. Das ist dann hier der Bereich um 57 bis 37. Das könnte jetzt zum Montag kommen. Ich würde die Pfeile einfach erstmal drin lassen. Auf der Oberseite sollte man Rückläufe, ich sag mal im Bereich um 69 bis 13.000, vielleicht auch knapp darüber, sollte man ein bisschen den Blick behalten. Das könnte nochmal wegdrehen. Da würde ich jetzt vielleicht auch eine kleine Care-Umkehr mit rein setzen, dass man quasi in die Richtung sagen, also wenn er hier oben ran geht, dann könnte er da durch. Aber im Grunde müsste man hier jetzt eigentlich wirklich eine Art Long-Trigger mit ansetzen und dann sagen, okay, wenn er da drüber geht, dann würde er uns wohl wieder komplett hoch bis zum Hochrennen halten. Also das würde ich schon sagen. Also hier oben schön feinfühlig sein. Und ansonsten dürfte man den Start, der dürfte relativ. Ich glaube, das wird schon offensichtlich. Jetzt können wir mir vorstellen, dass er hier oben noch ein bisschen rumdoktert, der hat schön ausgekontert, dass er hier nochmal ein bisschen rein startet. Und wenn er noch unter 900 und 920 bleibt, dann kippt er uns wieder runter halt. Dann kippt er uns runter und dann macht er hier noch das nächste bei der 57. Und wenn er Lust hat, auch die 640. Also das wäre durchaus mit einem Ritt erreichbar. Und wenn er hier war, würde er wahrscheinlich nicht großartig hochkommen. Und dann sehen Sie nämlich, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Bewegungsteile. Hier haben wir 1, 2, 3 Bewegungsteile. Das heißt, wir sind hoch zu auf jeden Fall kleinteiliger gewesen. Dadurch würde sich anbahnen, dass wir hier bloß letztendlich eine Art Korrektur, ein Erholungsmuster gesehen haben. Und wenn er jetzt hier unten reintaucht, dann würde auch so ein Wellenschnitt, nennt man es dann, entstehen. Und das würde schon dafür sprechen, dass er vielleicht von 640 dann einfach nochmal kurz hochdreht und dann sogar tiefer geht. Hier haben wir unten auch noch ein offenes Gap. Wo ist hier die Kante? Das ist, das ist 12, 3, 22. Das wäre dann auch noch erreichbar. Ich sag mal so als Bonus-Ziel. Aber ich denke, man sollte sich zum Montag erstmal auf den Bereich konzentrieren. Na, das könnte hier in dem Sinne schon ausreichen. Gut, dann soll es das von meiner Seite soweit sein. Dann drücke ich Ihnen die Daumen. Viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns einfach morgen wieder. Gut, bis dahin. Ciao.